Ja, hallo, mein Name ist Kirchner. Ich lebe hier schon seit über 50 Jahren und muss mit großer Besorgnis feststellen, dass immer mehr hier verbaut wird. Sowohl an Wohnhäusern, immer mehr Grünraum verschwindet und jetzt soll auch diese neue Stadtstraße kommen. Und das finde ich schon sehr schade, weil wir diesen Lebensraum gerade auch in der Stadt vermehrt brauchen würden und weniger Betonflächen notwendig wären. Viele sagen, dass die Straße notwendig ist, um den Verkehr zu entlasten, um weniger Verkehr zu haben. Was sagen Sie zu dem Argument? Ja, ich glaube, dass prinzipiell die Planung schon vor 20, 10, 15 Jahren, dass man begonnen hat, diese Abfahrt von der Autobahn, das war eigentlich von Anfang an ein Verkehrsproblem. Und ich denke, man muss halt auch überlegen, welche Bauprojekte man bewilligt und dass das Ganze in Einklang zu bringen ist. Aber es ist sicherlich eine schwierige Situation. Es wäre natürlich immer besser, das außerhalb zu machen. Also doch, wenn es unbedingt notwendig sind. Also Umfahrungen, denke ich mir, sind schon eine wichtige Sache. Aber hier ist halt sehr viel Lebensraum, auch Gärtner, viele schöne Orte, die verloren gehen. Und das... Und glauben Sie, dass man das mit dem öffentlichen Verkehr ersetzen kann, also dass man mit dem öffentlichen Verkehr das Problem lösen kann? Teilweise ja. Aber natürlich, viele Leute nach wie vor wollen ein Auto haben, wenn es die Möglichkeit gibt. Aber man sieht ja, auch bei uns im 22. schon, dass immer mehr Staus sind, dass es immer schwieriger wird. Trotzdem aber, glaube ich, muss die Lebensqualität für die Menschen erhalten bleiben. Und je mehr Verkehr wir hier innerhalb haben, desto schwieriger wird.